hallo sehr herzlich willkommen zum neuesten video hier auf dem kanal und es ist mal wieder zeit für den crowdfunding überblick vollkommen richtig beobachtet von einigen von euch dass es die letzten wochen keinen gab ganz einfacher grund einfach und nicht so sehr ja ich hatte eine gallenkulik und ja musste operiert werden gallenblase wurde entfernt geht mir aber wieder gut ab morgen oder heute besser gesagt wenn ihr dieses video seht geht es auch wieder arbeiten und ich habe einfach für die zeit keine videos gemacht das heißt alles was ich in der zeit und wir hochgeladen haben waren so alte aber alte sachen die ich anfang august aufgenommen habe bevor es für mich ins krankenhaus ging genau dankeschön an der stelle auch noch mal an alle die ja genesungswünsche geschickt geschickt haben etc hat mich wirklich sehr gefreut und ja ich freue mich aber auch wieder darauf videos zu machen und nein dieses format ist nicht abgeschafft sondern war einfach jetzt für drei wochen ausgesetzt ich habe neue titel die diese woche starten und ich habe auch ein paar rausgesucht die jetzt in den letzten wochen gestartet sind ohne ja ohne den punkt der vollständigkeit weil ich habe mich da auch so mal ein bisschen ausgeklingt ja hier gab es kein pop-up von meinem videos genau habe ich gerade mal schnell gemacht ja also ich habe allgemein mal ein bisschen ruhiger gemacht was halt wie gesagt nicht verkehrt ist wenn man gesund werden möchte und deshalb ist das vielleicht nicht vollständig aber ich möchte euch halt einfach noch mal einen überblick geben was kam denn so die letzten wochen aber ich möchte vor allem erstmal mit den neuen sachen anstarten ein starten legen lustig nämlich flock together von zika games und das ist ein lustiges ding haben die haben sehr starke werbung gemacht also wenn ich nicht ganz zeug ist das etwas was noch ganz oft bei youtube gesehen hat und das ist ein spiel wird bei kickstarter starten was schon ein bisschen abgedreht ist denn wir übernehmen in diesem spiel hühner die über drei runden immer so überleben müssen bis es dann sozusagen zu einem boss endkampf kommt was eine ganz witzige sache ist ich glaube hier sieht man das ganz gut ist jeder charakter hat so ein eigenes kleines büchlein in dem sich unser charakter von sie sagen selber vom schlüpfen aus dem eier das kleines küken bis halt zu einem erwachsenen gestandenen huhn entwickelt und wir hier halt neue eigenschaften mit dazu gewinnen finde ein gemeines spielmaterial sieht wirklich cool aus hier mit diesen holzmibeln da werden wir nachher noch was sehen aber hier legt man dann das rein hier auch double layer boards also wirkt für mich von der ganzen produktions qualität auch wenn wir hier eigentlich ein crowd von dem projekt sind was noch finanziert werden will schon sieht das sehr gut aus es gibt dann events im laufe des spiels und auch die gegner haben teilweise so eine bücher so habe ich das zumindest verstanden also entwickeln sich dort auch im kern ist das spiel vor allem ein action selection spiel wir sehen hier und noch teile dieser verschiedenen aktionen die wir auswählen können und dadurch das ist sozusagen der motor des spiels die wesentlichen aktionen im kampf haben wir dann ein würfelsystem also auch eine zufallskomponente die hier in das spiel mit reinkommt also ich bin gespannt wie sich das spiel dann so darstellt bei kickstarter sehr viele leute die der ganzen sache schon folgen ja also zum stand dieses videos 7665 ja schon ordentlich und ja bin gespannt auf den ganzen preispunkt wie das in summe aussehen wird ja dann zu einem schon meiner lieblings spiel und einer ein sehr spezielles spiel wo es auch ein großes video bei mir auf dem kanal gemacht habe es nämlich endangered bekommt eine kleine neue erweiterung beim ersten oder stimmt gar nicht war es beim ersten ich weiß gar nicht aber jedenfalls bei einer kickstarter kampagne gab es den panda bären dazu den habe ich auch schon dann gab es letztes jahr den schmetterling den ich mir auch nicht geholt habe weil die diese vorverkaufs action crowdfunding action schräg schräg da war schon ganz schön heftig der versand der war noch höher als das ding selber und dann wollte ich es eigentlich in essen holen da hatten sie aber keine mit letztes jahr mal gucken ob ich dieses jahr was da bekomme und ja startet auch wieder eine kampagne habt ihr vielleicht auch die möglichkeit die anderen sachen euch noch zu holen leider bisher immer noch kein deutscher verlag sich gefunden das ding zu lokalisieren was ich sehr 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 schade finde und ja was ich mir irgendwie schon gewünscht hätte hier oben sehen wir schon die werbung zu einem spiel über das wir jetzt reden wollen nämlich peacemakers welches bei gamefound läuft und die sind bei 74.000 50.000 war das ziel also gar nicht so weit drüber hätte eigentlich gedacht dass da wirklich mehr zusammenkommt denn auch viel werbung gemacht und ein verlag die zuletzt mit land of galsir ein sehr respektables spiel gemacht haben hier haben wir gewissermaßen eine reimplementierung ist gar nicht ich glaube dawn of the peacemaker hieß das ding im original das ist jetzt so ein bisschen um entwickelt wurde das ursprünglich war glaube ich eher ein kampagnen spiel hier haben wir verschiedene szenarien die wir spielen können mit einem toll grafisch dargestellten und sehr funktionalen spielbuch was man jetzt aus mehreren spielen schon kennt also sagt verschiedene szenarien asymmetrische charaktere und wir nutzen in diesem spiel neben basisaktion vor allen karten die uns bestimmte effekte geben können und da gibt es dann auch weitere aktionen wie manipulationsmöglichkeiten nämlich in diesem spiel geht es darum finde ich vom setting ganz cool auch wenn ich sagen muss hätte ich also eine ernste ernstere grafische umsetzung finde ich noch ganz cool aber hier ganz klar steht ja auch ab 14 so ein kinderspiel ist es nicht darf man sich grafisch wohl nicht täuschen lassen jedenfalls versuchen wir zwischen diesen verschiedenen fraktionen und armeen den frieden irgendwie zu wahren und dabei müssen wir verhindern dass eine armee zu stark die überhand genommen so dass die anderen nicht ihre moral verlieren und ja seit der konflikt eskaliert und wir versuchen das irgendwie so auszugleichen das klingt sehr witzig und sehr ungewöhnlich wie ein brettspiel also haben wir manipulationsmöglichkeiten für diese armeen für diese verschiedenen fraktionen wir können befestigungen errichten um bestimmte stützpunkte zu befestigen die ja bei denen es droht es zu einem angriff kommt klingt eigentlich alles sehr sehr nett ich habe mir gar nicht den preispunkt bisher angeguckt bei was sind wir da ja 65 euro promokarten und sogar sleeves gibt es auch das spiel ohne sleeves muss man das lief nehmen ah ja ja drunter 14 euro weniger genau ja und hier gibt es dann noch land of gilzia und dale of merchants ach das ist auch von denen gewesen okay also schon einiges an renommierten titeln gemacht wo man dann hier auch zumindest englisch einsteigen kann bei deutsch wäre es für mich glaube ich no brainer dort einsteigen mit englisch weiß ich immer nicht bei land of gilzia das ist habe ich bisher leider auch noch nicht gespielt weil es aufgrund der englischen sprache einfach nicht auf den tisch kommt aber hier das ist alles sehr 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 liebevoll gemacht finde ich ganz schön ist übrigens hier bei flock together auch diese raubtiere sozusagen die die eier klauen wenn sie auch echt cool gemacht also grafik grafik sind schon ein paar richtig schöne dinger dabei ein anderer titel den wir haben ist vor horsemen ich schätze mal das spielt auf die vier reiter der apokalypse ein dass ein deck bilder mit ressourcen management so bewerben sie es selber ist auch läuft schon länger acht tage noch wenn das ding hier live geht knapp 50.000 auch mit erreicht und ja was haben wir hier vor allem im spiel sagt deck building vor allem aber haben wir so ein aspekt dass wir unsere basis hat was heißt also wir haben die horsemen die haben verschiedene lanes auf denen die dann halt oder verschiedene bereiche besser gesagt auf den die vorrücken wir müssen verhindern dass einer von denen durch kommen sonst haben wir das spiel verloren oder wenn es zu viele dämonen an einem ort gibt in unserer runde ziehen wir immer fünf karten und spielen drei davon dabei kann man die karten irgendwo sehen auf verschiedene arten und weisen einsetzen ja das ist immer so ja ich hatte das ist ein spiel was ich schon ein bisschen verfolgt habe ja hier also wir können sie auf verschiedene arten und weisen setzen je nachdem wo wir sie einsetzen oder sogar opfern dann fliegt die karte aus dem spiel heraus was aber natürlich ein sehr mächtiger einsatz ist und da müssen wir dann immer sozusagen management system dann halt machen wann setzen wir welche karten wir ein und welche effekte insgesamt zu nutzen was mir gefällt was manchmal bei also karten spielen immer so eine sache ist letztens auch bei rangers ein aspekt gewesen der mir wieder aufgefallen ist der mir da nicht so gefällt obwohl das kein rangers exklusives ist das auch bei arkham horror teilweise so dass man halt relativ wenig karten nachzieht außer man nutzt da irgendwie spezialaktionen also immer nur eine karte hier gibt es immer wieder frische karten das finde ich eigentlich sehr angenehm ja habt ihr wie sagt noch acht tage zeit das ganze zu unterstützen im dollar ist man hier mit dem pledge manager dabei 66 dollar für das spiel kommt sicherlich nur wert drauf und dann natürlich auch noch shipping so dann haben wir noch zwei größere sachen und das eine können wir schnell und kurz machen nämlich also farriengard bekommt ein second printing ich habe selber noch nicht gespielt ihr seht ordentlich gelb was hier reinkommt es gibt für alle gestandenen leute wenn ich mich nicht total täusche eigentlich auch ein update paket ist es dann bei den addons drinnen das hat mich noch gar nicht so sehr mitbestimmt ja hier update paket gibt es wie gesagt da kann man dann zuschlagen was ich wahrscheinlich machen werde ja das sind dingen will ich irgendwann mal mit meiner frau spielen wenn die kinder das zulassen so lange wartet ist ganz artig bei mir im regal ja und dann ein anderer titel den ich auch spielen konnte über den ich euch auch berichtet habe schon aber leider jetzt kein video content gemacht habe weil das einfach ja an der ganzen situation nicht so möglich war rogue angels aber ich habe ja letztes jahr und so viel hat sich gameplay technisch nicht geändert zum einen an einem online let's play teilgenommen mit marcel und janice gaming die haben wir drei geteilt und ich glaube der mittlere teil lief bei mir und dann habe ich noch ein forscher video gemacht da hier ist der gute marcel also schaut gerne bei marcel vorbei der hatte ganz viel content auf deutsch gemacht und der genders aus schweden hat bestimmt auch was gemacht sehr sympathischer lustiger kerl ja einiges an videos hier also von daher ist nicht so dramatisch dass ich nichts gemacht habe was das für ein spiel es ist vor allem ein narratives spiel wieder mit science fiction setting das setting erinnert mich so ein bisschen auch von grafischen her wenn ich hier vor allem auch diesen ganzen anfang sehe an mass effect schrägstrichen knights of the old republic aber hier haben wir natürlich weder das eine noch das andere von der lizenz her wir haben immer relativ kleine text passagen die von einer seite bis anderthalb seiten gehen dann haben wir verschiedene missionen dinge die passieren wer meist so einen zeit trigger währenddessen und in den missionen das sehen wir hier ganz schön spielen wir vor allen karten und das system ist so gemacht dass wir eine cooldown phase haben von 1 2 3 4 und 0 jeder charakter das finde ich sehr gut gelöst in dem spiel hat immer karten nuller karten die er sofort wieder auf die hand nimmt das eine ist eine bewegung das eine ist eine einfache interaction nahkampf kann das sein oder interaktion mit einer tür die aber nicht so viel erfolg geben bei den karten ist es häufig so dass er die karten spielt und zusätzlich noch würfel dazu würfeln könnt als zusätzliche erfolge die würfel bieten aber nicht nur erfolge sondern sie können euch auch bewegung mit dazu geben sie können euch zusätzliche erfolge mit dazu geben je nachdem was ihr dort so schön würfelt hier sieht man auch einen legacy aspekt dieses spiels nämlich wir werden beziehungen aufbauen zu verschiedenen fraktionen und stärken token bekommen je nachdem wie wir die ausmalen um stärker in der gruppe zu werden mein kritikpunkt den ich einfach so habe ist einmal aber das muss jeder für sich entscheiden mir ist es einfach am ende alles wieder viel zu viel das was ich bisher gesehen habe war sehr gut geschrieben auf englisch mit viel humor also eine coole welt hat es für mich schon geschaffen die ich bock habe aber wenn ich hier schon wieder 80 missionen und ich glaube um die 40 spielt man durch muss ich sagen das ist mir einfach in summe wieder sehr sehr viel einfach zu viel bei der masse an kampagnen spielen weiß ich nicht wann ich das spielen soll allerdings wenn ihr andere spieler typen seid als ich die nicht unbedingt gerne viel verschiedene sachen immer wieder spielen und abwechslung haben und ihr sagt ich bin jemand okay ich habe richtig bock auf so eine kampagne und suchte die danach durch dann kann das ein spannender titel für euch sein ja also story technisch finde ich richtig gutes kartenmanagement je nachdem wann wir die karten halt einsetzen hier so eine vierer karte müssen wir ganz hinten einsetzen und hier hätten wir dann halt so token in den jeweiligen farben dann könnten wir diese spezialeffekte von den karten triggern clever ist auch wenn wir wunden erhalten ziehen wir diese karten da können wir auch sehr schön die schwierigkeit anpassen einfachste machen wir nur das obere und dann geht so weiter die blockieren uns je nachdem auch die spots wenn die jetzt auf 4 kommt die karte dort auf 4 schon liegt dann kriegen wir diese direkt auf die hand sozusagen als adrenalin stoß ansonsten immer wenn wir uns ausruhen einmal machen wir immer automatisch ist ausruhen am runden ende gehen die karten ein runter also von 4 würde der auf 3 gehen und wenn sie auf null kommen gehen sie wieder auf die hand also auch hier ein management spiel mit unseren karten da gibt es so einen häkeln mechanismus wo man token aus dem beutel zieht das ist ganz witzig ja dann haben wir die gegner ki die verschiedene wie kann man das nennen einstellungen hat ja gemütslagen mir fällt gerade das wort nicht ein naja verhaltensweisen ich glaube das ist das beste behavior genau also verhaltensweisen an den tag legen und die sind so gestaltet dass dann immer abgehandelt wird welche gruppen welche person was macht die kai ist okay also wirklich okay ist nicht schlecht aber ist jetzt nicht so komplex wie bei einem sort und sorcery lauf bei teilweise anderen titeln hat aber den vorteil wird schnell abgehandelt und die kai kommt vor allem mit masse und nach echt krassen wie ich finde durchschlagskraft also ihr kriegt schneller schaden und schnell mal wunden und könnt dann auch schnell ausgenockt sein genau in dem prototyp hatten wir insgesamt vier charakter das waren andere als damals in dem alten prototyp und jetzt 16 also da habt ihr eine gute auswahl die spielen sich wirklich unterschiedlich aufgrund dessen dass jeder einfach ein eigenes kartenset hat genau hauptsächlich läuft das ganze über ein buch ab ein chip hat als box okay genau und ja gibt jetzt figuren ich fand es mit den standys cool ja aber jetzt gibt es scheinbar beides ja und das alles für für das was ihr dort bekommt 15 euro für spring play jahrhundert sieben euro ist wirklich ein fairer preis muss ja auch immer sehen was er dort gar mit dem ganzen buch etc bekommt das ist schon heftig genau ja kritisieren kann man auch das wird auch an teilen gemacht dass jetzt diese kampagne anderthalb jahre danach gestartet ist er hat wird sicherlich an den ein oder anderen stellen noch justiert hat mehr noch entwickelt und ist jetzt schon wesentlich weiter in den ganzen prozess allerdings damals war es glaube ich 200.000 euro als ziel da hat er 100.000 was eigentlich schon eine krasse summe war und hat dann aber abgebrochen weil er ja so ehrlich war und gesagt hat das reicht nicht und wir hatten es ja gerade auch mit eike was mir sehr leid getan hat mit mit mir da dass er diese kampagne abgebrochen hat obwohl er 100.000 hatte ja das ist natürlich alles marketing in einer gewissen weise ich hoffe dass für emil das von dem geld dann einfach auch reicht der macht das ja auch weil ich weiß eigentlich hauptberuflich so dass er damit auch sein ganzes geld verdienen muss und ja das muss euch natürlich immer bei diesen kleineren projekten bewusst sein auf der anderen seite diese projekte sind es warum es eigentlich crowdfunding gibt denn nicht die nächste cool mini or not kampagne oder raken rams oder setzt einen anderen größeren verlag ein die hier eigentlich eine vorbesteller aktion machen und nichts anderes für um die geht es eigentlich nicht wirklich hier bei diesen crowdfunding sachen sondern so eine kleinen herzens dinger um die geht es aber das muss natürlich jeder am ende für sich selber entscheiden dass er das jetzt gesenkt hat kann man kritisieren aber es ist dieser psychologische effekt der ist einfach nun mal da und da sind auch nicht nur die bösen bösen entwickler schuld was man dann so manchmal liest gerade so bei anderen und manchen sachen wo ich dann sage in welcher welt lebt ihr denn eigentlich denn wir sind ja die konsumenten und wir fordern den mist indirekt ein mit teilweise fandet in bla bla minuten und sonst funktioniert das crowdfunding game einfach nicht und es wird nicht angezeigt also kickstarter game von sich hätte ich nicht anders arbeiten einfach mit und das muss uns bei all der kritik die sicherlich berechtigt ist auch bewusst sein gut in dem sinne schon wieder ganz schön lang geworden ich hoffe ich konnte euch trotzdem noch mal einen kleinen überblick geben ihr habt ja immer gesehen wie lange die ganzen sachen hier nach laufen links findet unten in der video beschreibung ich wünsche euch eine schöne zeit bleibt gesund bis zum nächsten mal